Ich bin heute hier am Ergo in Spanien. Wie man an meinem T-Shirt sehr gut erkennen kann, hat heute schon einiges gebissen. Ich konnte nicht mal die Kamera installieren. Ich habe bisher sieben Waller gefangen, zwei über zwei Meter. Einen von 1,91 Meter, der andere ein bisschen kleiner. Mal schauen, ob ich jetzt noch einen filmen kann, mit und mit und mit. Viel Spaß dabei. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020